Hey, was geht ab Leute? Hier ist er wieder, Cody Powerfunkz mit einer neuen Ausgabe von Kommentare kommentieren. Aber diesmal eine Spezialausgabe von Kommentare kommentieren. Denn diesmal kommentiere ich nicht die Kommentare, die ich unter fremden Videos gemacht habe, nein. Diesmal kommentiere ich meine Kommentare, die ich unter meinen eigenen Videos geschrieben habe. Hast den Baum gegeben, der beantragt bestimmt Hartz IV. Ja, und seine Schwester arbeitet als Brücke. Ahahaha. Ähm, warum fand ich den Witz nochmal lustig? Blau ist meine Zweitlieblingsfarbe. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Ja, aber das müsste man eigentlich wissen, denn ich habe ja in meinen Videos immer so ein blaues T-Shirt angehabt. Weiß jemand, aus welcher Folge die Szene mit dem Bild ist? Ab 0,10. Und die Antwort war... Kunst und Kohle heißt sie. Was denn? Ich kenne die Spongebob-Folgen in- und auswendig. Und wer mehr über Spongebob erfahren will, braucht einfach nur Spongebedia. Spongebob. Spongebob da? Spongebob von Spongebob ja das Wikipedia für Spongebob-Fans. Sonic Boom ist geil! Es ist schlechter als Alkali das Wii-Spiel, oder habe ich mir selbst ins eigene Fleisch geschnitten? Denn in diesem Video habe ich erklärt, warum Sonic Boom doch nicht so schlecht ist. Ah, peinlich. Der Darth Vader da sieht gruselig und hässlich aus. Da war der 60er Jahre Batman sogar schöner designt. Aber ich habe doch recht! Guckt euch diesen Darth Vader an! Das ist grässlich! Mmm lecker, Chicken! Chicken! Chiep 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 chiep! Moment, gab es da nicht noch einen anderen Typen der das gesagt hat? Chicken Peter, you just do chicken! Chiep 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 chieek. Glückwunsch zu den 100 Abos. Nett von dir. Ach ja, ich hab ja jetzt 106 Abonnenten. Ja, ohne eure Hilfe hätte ich das nie geschafft. Danke dafür. Ha, das war doch ein erlebnisreicher Tag für mich. Also erst hab ich im Garten gearbeitet. Dann hab ich beim Black Friday im Saturn eine Gepreise abgeschnappt. Und jetzt mach ich mal eine neue Kommentarspolge. Ja. Aber keine Angst, 2 Stunden geht's weiter, denn dann lad ich meine nächste Folge Sonic Boom hoch. Manchmal kann der Spaß auch ziemlich stressig sein, muss ich sagen. Wie auch immer, dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.